Guten Abend. Heute machen wir Brombeermarmelade. Dafür brauchen wir Brombeeren und einen Kochtopf. Und natürlich Gilead-Zucker. Das Verhältnis sollte zwischen 1 zu 2 und 1 zu 3 sein. Unter Rühren bringen wir es zum Kochen. 4 Minuten soll es köcheln. Und nun kommt alles in ein Einmachglas. Deckel auf. Und nun warten wir bis es abkühlt. Exquisit.